hallo und herzlich willkommen hier im pv kenya crossing ja man sieht so die missionen laufen noch muss ich also starten kurz kurz mal gucken und tolle hier bei unseren ja weg ich muss die guten stücke hier mal räumen nicht dass hier noch zu viel wird weil dann kommen die dinge herausgeflogen wenn ich ein platz ist das immer nager voll auch im betrieb also im drin schlecht das geld da liegt ja mit dem weiterband dann müsste ich mir ja das haut so nicht hin es anscheinend ist hier etwas zu tief wenn das band da da ist dann erscheinen die dinger nicht ich sag mal so man kann es wohl ändern also in der weich hat fest und speicher links aber keine ahnung jetzt mal so ist so wer würde man durchschalten alle wieder aktivieren der ist völlig den bereich er muss weiter machen mit dem kann man am besten geld verdienen ist ja halt mal so er muss zum hochfahren ihre frage nicht da weiß ich jetzt nicht dass die andere fähre ja ich kann überlegt gehabt ja habe ich mal angenommen 28 vielleicht machen wir vielleicht 28 mit 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 der ernte aber dass wir so eingefahren das müssen ja ganz schön ja fahren muss ja alles überbringen zum festland die lkw ist ja das wäre doch knackpunkt wir schicken ganz mal hin müssen annehmen war eine frage nicht an sein dass wir uns auch nicht doch nicht das vorkommen weil drücke ist aktuell nicht so dramatisch alles wenn man gucken die helfer weil cosplay ist in der kurve wissen so ja macht das wir haben noch ein flug unterwegs nicht mehr so fällt 40 was war eigentlich zum sehen für 40 20 ist fast 80 prozent 14 war lügen lügen noch fertig und die 18 okay kein dünger frei wurde da muss ja jetzt kommt die frage was war ich die man sich da anfahren denn er war ja weggerutscht am letzten mal ja ja schwierig 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 also für 28 müsste auf jeden fall lkw fahren im moment ist und so weit der vielheitlich ist der jetzt war eine platte verstehen das lohnt sich nicht und das klappt dann stahlwerk nicht weil einfach ja auch nicht so mit soll so ist hier gleich gefüllt mit kohle oder so cool ein bisschen platz schauen ja der lädt irgendwie komisch auf weiß nicht wie warum der wandel ist um was ich keine ahnung in anderen sachen halten also einsteig noch vorne hat die anwesen und nach der Ballengutress fähren. Genau. Genau. Wie gesagt, wenn die Drücke nicht fertig kriegen wollen, bis die 8 Tappeln die anheben, das ist nämlich kein Vergnügen dazu machen, ne? Anführungszeichen. Und das, äh... Ich glaube, das im Entferd fehlt eine große Menge. Eine kurze Menge. Bei uns wird auch noch viel. Was denn das, ne? Hingefahren ist gut, aber... angenommen noch nicht, so zu sagen. Oder? Naja. So, tu eine Schaufel, ich bin recht aufteilen, ich bin zu wenig. Ja, ich wünsche mir auch schon den ersten Feiertag, ne? Ist ja soweit, ne? Oh, sieben Minuten hat das gefährlich. Aber trotzdem. Hohe Weihnachten. Bin ja gespannt, ob das, äh... Ne gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Im Grunde hoffe ich, dass nicht so viel fällt. Man kann jeder für sich entscheiden, ne? Wenn einer fahren muss, der, äh... Ach, da bin ich froh, wenn ich... Wenn ich hier nicht fahren muss, ne? Also mit dem Auto. Straßenverkehr. Der letzte Schneefall hat ganz schön... Nicht Chaos verursacht, sondern, äh... Ja. Die kommen mit dem Schnee noch nicht mehr klar. So, ja, noch 1000. Cool. 10.000. Das ist so. Das haben sie entweder verlernt, oder... Viel schlimmer. Sie haben es immer eingespart, und dann nachher irgendwann... Ja. Er nimmt es ja nicht wieder auf, alleine, ne? Das ist das ganze Problem. So, er nimmt dann nicht mehr an. Und... Da muss es bei gewisser Höhe abgeladen werden. Als... Betrohstoff. Wie ist der? Halt voll. Zack. So, wir gehen jetzt zum... Den lass ich ruhig fahren. Ist das nicht so dramatisch. Zur Not. Zur Not geht's zurück zum Hof. Also. Die Ballen müssen ja auch zum Hof. Von daher, wir haben noch Arbeit. Mir ist doppelt draußen. Wahnsinn. Die Uhrzeit. Drei Viertel. Bei der kleinen Kamera. Keine Gag. Im Grunde egal. Man sieht ja nur, die Uhrzeit hat aber nichts zu bedeuten. Also, zufälligerweise. Ich hab auch eine Uhr hier. Einmal ist so, dann brauchst du eine Uhr. Ich bin nach Aufnahmen einfach so, ne? Das kann man gleich mal mitnehmen. Ach egal. Ich weiß gar nicht mal den Kurs hier. Ist aber wurscht. So hinten am Abladen und inneren sich, ne? Ja. Die Wiese ist auch mal gemäht worden, ne? Wirst du überlegen, ob ich da im nächsten Randkurs ein bisschen weiter nach außen gehe, aber bevor wir ständig irgendwo am Zaun festhängen, sind wir doch weit weg gewesen. Ja. So. Wer noch fällt 40 und der Rest wird auch bald fertig. Wir haben schon September, ne? In dem zweiten Jahr. Ich überlege mir irgendwann, gehst du auch zwei Tage. Aber ich wollte erst die Brücke fertig haben. Zumindest, dass die im Bau ist. Dann können wir auch zwei Tage gehen. Oder wir gehen dann, lassen uns fertig bauen und dann noch zwei Tage. Weil auch die Produktion dauert ein bisschen länger, ne? Das ist ja so. Das ist ja eigentlich, äh, nicht so gut, ne? Aber aktuell, äh, eigene Felder haben wir noch nicht. Von daher ist es nicht ganz gut, ne? Das ist nicht ganz dramatisch. Also, von, von, äh, Getreide oder so, ne? Produktion wollte ich erst groß einsteigen, wenn wir, äh, 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 da schon drücke fertig haben. Geht ja auch im Verkaufen, ne? Ja, das, was wir herstellen nachher. Ich glaube, Erdimensionen haben wir keine mehr, ne? Ist alles fertig. Alles fertig, glaube ich. Wäre es fertig. Muss aufgefüllt werden. Das ist gemeint. Das ist Feld, wo... Was fehlt denn da noch? Das ist... Oh, Feld 50 ist gemein. Ne, das ist nicht gemeint. Da fahren wir... Wir machen das mal hier. Dass er in der Weißboot ist. Und wir schicken den mal jetzt, äh, zum Einkauf. Da schicken wir ihn hin. Da ruht er allein jetzt Dinger her. Es geht hier, weil ich hier mal so ein Kurs eingefahren habe. Und das, äh, trotzdem machen zu können. Sonst hätten wir hier auch manuell fahren müssen. Und... Nächstes... Oh ja, hier fehlt noch ein ganzes Stück. 47 ist noch zu machen. Mit Düngen wahrscheinlich. 49... Ja. Und die 50... Na ja. Da... Da müssen wir wieder zurückkommen, wo wir vorher waren, ne? Ja, das machen wir nicht. Das ist auch... Kartoffeln. Haha. Das wollen wir nicht. Kartoffeln auf keinen Fall. So, Trommat rein. Ein bisschen gleich nach links setzen. Weil sie die... Nüchterne drücke. Enkel eine Stelle. Und dann ist irgendwann... Es hat dem zu bläut. Und da tut es ja weh. So. Bis dahin. Ja, Folge mal eins. Und... Ja... Das wäre mein erster Urlaubstag heute. Leider fällt der Urlaub sehr kurz aus. Aufgrund der Feiertage. Also heute... War auch noch Sonntag. Und dann habe ich noch 5 Tage arbeiten. Bin ja gespannt. Mein Arbeitskollege, wer gesund ist. In Portion habe ich keine. Ist für mich erstmal auch nebensächlich. Ich habe eh Frühgeschicht. Und... Der Rest wird sich ergeben, ne? Früher... Früher anfangen würde ich nicht. Das muss mir... Muss nicht sein. Da wird mir gemault. Ja, aber ich kriege immer noch 100% bei... Dann würde ich schon machen. Nachtschicht. Und das... Wenn es nicht sein muss... Ist man nicht begeistert von, ne? Ohne Absprache. Und da... Und... Wenn einer sagt, ich soll arbeiten, dann ist das kein Thema. Aber das hat noch keiner gesagt. Also... Deswegen... Eher nicht. Aber... Ob ich den Montag länger mache... Nur wenn er nicht kommt. Das ist das ganze Problem. Aber er wird kommen. Dann möchte ich doch mal krank sein. Ja, der Einer anders im Pöntlinger, ne? Der Einer kriegt einen kleinen Luftzug und schon hat er eine Erkältung. Am Wickel. Ist halt so. Ein Windrad ist voll. Ist... Ist... Ist ein bisschen unlogisch. Aber gut, das ist halt mal so, ne? Ach, die Kurs haben ja gespeichert. Ich muss ja gar nicht mal kurz den Traktor suchen, wo drin war. Der Chorzitus, da fällt mir halt dann auch nichts ein. Also da haben wir jetzt... Ich glaube, alle Fahrzeuge durch. Und Fahrzeuge doppelt und dreifach zu machen, wäre ja auch Quatsch, ne? Das ist das eigene Sojafeld, das kommt ja auch noch. Drescher ist da. Also von daher müssen wir nur hinschicken, ne? Wenn es sein muss. Ich sehe gar nicht, wo ich hinfalle, oder da oben. Ja, Silageballen werden verkauft, äh, packt er schon im Winter, ne? Also... Ne, kurz vom Holz machen, ne? Die nächste Folge Aufnahme kommt ja, ja. Mai vor Weihnachten, also ich mach da jetzt, äh, keinen großen Unterschied, ne? Man ist ein bisschen besser, man... Joa... 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 ... 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 40 oh 1,35 alles um ne Ecke welches Feld ist denn das überhaupt? 1,40? man sollte überhaupt rein, ganz wichtig die erste ich hab immer das Talent sind soweit gewesen dass ich da hinterher das einsehe, was sich da nicht hingehört und dann heißt das nicht fertig einmal normal bitte so fährt er genau hin kann nicht bald sein, 1,9 fährt er bergauf dann hat er gefüllt so aus ne auch so ein Feld man gerne kaufen könnte im Prinzip ja ich müsste mal so wie jetzt in der Marsch so ne Punkte machen, wo sie sich alleine abholen können das wäre dann vielleicht sinnvoll das sollte schon heute gewesen sein den Rest ist ja nebensächlich ich hol euch wieder ab wenn wir angekommen sind tschüss tschau und noch schönen Feiertag und einen schönen Feiernach morgen ja das ist doch weiter lässt gespielt ja ne tschüss aber ich Vielen Dank.